Ok, dann sparen Leute, ich hol den Taps. Ja, sieht gut aus. Ja, hättest du jetzt mal ein Video angeschaut? Ja, mach mir mal das empfohlene Deck, das würde schon passen. Gut. Oh, los geht's. Kinder, ich hab für euch ein bisschen Schokolade. Go den Schnaps, Emanuel. Ich hab für euch ein bisschen Schokolade mitgebracht. Aber nicht bröseln, weil da muss ich ja wieder aufräumen. Das ist ja fast wie in einem Livestream, nur mit Zuschauern. Ok. So, das nächste Mal bin ich schon wieder aufräumen. Ok. Ok. Die Maid. Also dumm bist du mein Video nicht angeschaut, das wird aber jetzt tatsächlich so ein bisschen sterben. Das glaube ich auch. Ja. Eines Tages begegnest du einem schattigen Wald einer Elfenheit. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Ich bin Meret, Tochter des Waldvolkes. Ein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reiches. Auf welcher Gabe verlangt es dir? Ja, ich bitte um Gold. Meret scheint überrascht. Es ist nicht die Art eines Abenteurers, um Münzen zu betteln. Aber gut, wenn es das ist, was du wünschst. Hab ich aufgenommen. Der Geber zieht ja drei Goldgewinnkarten. Gold! Ich bin Goldgeil. Glückliche Fügung. Gold! Es heißt, dass scharfsichtige Abenteurer sich gegen die schlimmsten Wogen der ankelmütigen Glücksgöttin schützen könne. Lebe wohl, Sterbliche. Schwul. Jawoll! Zauber! Was ist das? Da, der Altar! Da ist ein Sonnenzumvol auf Illuminati. Illuminati-konfirmt. Auf dem verlassenen Hügel, in den fernen Landen. Die Frau hat mich auch in den Augen geschickt, dass ich ein geiler Typ bin. Ja. Auf dem verlassenen Hügel, in fernen Landen, entdeckst du ein Altnatter. Altar. Die Götter der alten Religionen sind mächtig. Doch wann sie eure Gunst gewähren, ist unberechenbar. Möchtest du ein Altar beten? Ja. Das sieht schon mal gut aus. Eine Wahl. Selekt dein Willen. Ich weiß, wo er ein Erfolg ist. Aber ich sag's denen nicht. Nein! Allahu akbar! Ja, ganz ehrlich. Auf den Knien flehst du die Götter an, dich behörde dir bei deinen Abenteuern bereit zu stehen. Ein fernes Donnern und ein Blitzschlag sind die Antwort auf deinen Rufen. Sie haben eine Segenskarte. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Wie einfach ist denn die Karte? Ich habe das ein bisschen zu körperlich gemacht. Genau. Ich werde das nächste Mal wieder rebalancen. Scheiß OP zu euch. So, ähm. Ach lieber Counter-Strike Noob. Ja. Counter-Strike Kettify auch da, ne? Da bin ich auch scheiße. Ja, ich habe Counter-Strike Kettify auch da, ne? Ja, ich habe Counter-Strike Kettify auch da, ne? Ja. Das ist sehr interessant. Ja. Ich bin begeistert. Du triffst einen wandelnden Priester, der dich freundlich begrüßt. Bei einem kleinen Teil deiner Vorräte kann ich dich im Namen der alten Götter segnen. Ja. Ich lehne ab, das sind meine Rationen. Nein! Nun, ich bin sicher wohin der Weg dich führt, dass du die Hilfe der Götter nicht nötig. Lebe wohl. Alter Sackal. Nein! Ein Labyrinth erfallen! Du hast eine Schatzhöhle der Kobolde gefunden. Möchtest du sie betreten? Ja, äh. Möchte ich. Ich werde zwar vermutlich sterben und ich weiß nicht mal wie ich das steuere, aber YOLO! Lebst nur einmal, ne? Gibt mir meine Waffen! Alice, ich glaub du bist scheiße, kann das? Glaub ich nicht! Hast du noch mal ein Video gesehen? Wie komm ich... Oh. Ich bin scheiße, ja. Ich bin scheiße. Okay, das war unerwartet. Das habe ich nicht gesehen. Okay, okay, okay. Wow. Oh, oh, oh. 316 No Scope. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich es geschafft. Du bist noch nicht Blutmann. 316! Ja! Ja! Nein! Nein! Oh ja! Die 316 in mich! Nein! Ich hab den Schatz! Bitch! Überschleust du davon. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß. Du hast die Fallen überlebt und prölynderst nun die Truhe. Prölynderst. Prölynderst. Ich prölynderst auch. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Ja, Geber, geh mal her. Jo-Gi-Yo! Okay. Jo-Gi-Yo! Äh. Zier 2. Ja. Ja! Kannst du aussuchen. Ich kenn die beide nicht. Ich nehm mal das Schwert. Das sieht cooler aus. Okay. Das nehm ich mal so an. Ja. Will ich haben. Will ich haben. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Mach mich hier nicht. Ne? Heile Ring! Heile, heile. Und so. Ja. 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 Ketten der Raserei. Okay. Äh. Möchte ich ausrüsten. Ich hab ihn zwar nicht durchgelesen, aber es würde schon gut sein. Nachdem du die Truhe geöffnet hast, sind die Fallen deaktiviert und du kannst dich wieder in Sicherheit bringen. Ja. Herzlichen Glückwunsch für das Spiel mit dir durch. Mit Vergelegenheit. Der Pferd ist ein guter Kampanion. Ich bin sicher, dass du in der Zeit hast. Das Pferd ist des Menschen bester Freund. Merkt euch das. Du hast einen freundlichen Händler gefunden, der bereit ist, dich auf deinen Weg mitzunehmen. Ja. Danke, Händler. Ich fahr mit. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Aha. Kommt es in Werbenunterbrechung, Manuel? Ja. Kauft Kinderriegel. Reisender Kessel. Reisender Kinderficker. Ja. Ich hab einen reisenden Kinderficker gezogen. In einem Schottingheim. Entschuldigung. Ich glaube, was heißt das? In einem Schottingheim. 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 Jetzt geh, verpiss dich mal. So. Jetzt kommt die Obermacker. Das ist doch was. Du hattest das Headset falsch rum auf. Ich weiß. Ich hab's dir gesagt. Ich glaub ich bin alt im Kanal, okay? Ich glaub das ist mir gut. Na, nee. Ich äh tschüss. Nee, ganz ehrlich nicht. Das ist scheiße. Letze. Schuss.